So lange habt ihr drauf gewartet, wahrscheinlich schon den ganzen Abend. Hier ist die neue Baselovas United, Basket Case. Ich hab euch mal den Original-Mix rausgesucht. Es gibt noch einen geilen Mega-Styles-Remix oder einen Black-Toys-Remix dazu. Aber ich hab einfach mal gesagt, ich spiel mal den Original-Mix. Also, hier jetzt für euch die Premiere. Basket Case, Baselovas United, Original-Mix, live auf Technobass.fm. Enjoy the sound. Das war's. 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 DJ Sally in the mix I went to a string To analyze my dreams He says it's like a sex That's bringing me down I went to a whore He said our lives are poor To quit my wedding Cause it's bringing her down Sometimes I give myself the creeps Sometimes I might place tricks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah Also wie gesagt, das hier muss ich noch ein bisschen reden Die Nummer, die kommt erst offiziell Nächste Woche Freitag raus Am 19. November, also 10 Tagen Space Lovis United Basket Case Inklusive O-Bio Ich kann's bezeugen, ich war dabei Also die Jungs werdet ihr nicht wiedererkennen, wenn ihr sie kennt Also Space Lovis United Basket Case Ab nächster Woche Freitag In den MP3 Stores Euers Vertrauens Inklusive Video dann auf YouTube Im Zooland Kanal Also Ziemlich geile Nummer Wie gesagt, es gibt noch Ein Basket Case Ach Quatsch Ein Black Toys Mix So Zu der Basket Case Ein Megastyls Remix Und diesen Original Mix Und dann noch jede Menge fette Hausmixe Also Die Nummer ist auf jeden Fall wert gekauft zu werden Die Nummer ist auf jeden Fall wert 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 Die Nummer ist auf jeden Fall wert